Ich bin auf dem Charlie gesucht, den Charlie, der ist nicht alles gebrochen. Ja, ich sage, der kann alles gebrochen. Es gibt sehr viele Interesse, dass man es nicht alles gebrochen. Dann werden Sie versuchen, einen Veranstalter. Und so, dann waren wir ein Veranstalter und ihr gesagt, ich habe mich in der Rückkehr gezogen. Ich sage Charlie, ich mache den Veranstalter. Ich will viel Freiheit erzählen für die Menschlichkeit gegen die Zweiklassengesellschaft. Wir gehen auf den Weg aus.